Gibt mal Gummi jetzt hier. Ja, Handbremse. So, wir sind jetzt wieder beim Quiz-Taxi 2020 in Mabea und ich verspreche euch jetzt schon, spannende Spiele, lustige Szenen, das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. 0-9, antworten. Antwortet so viel wie es geht, jeder Punkt zählt. In welchen neun Spielen haben wir in der Hinrunde kein Gegentor kassiert? Zeitlimit? 30 Sekunden. Zeit läuft jetzt. Kein Gegentor kassiert? Genau. Bei welchen 0-9 Spielen? Prag, Düsseldorf. München-Gladbach. Mainz. Richtig, richtig, richtig. Leverkusen. Richtig. Pokalspiel gegen Uerdingen. Heimspiel Bundesliga Leverkusen. Heimspiel Champions League Barca. Heimspiel Düsseldorf in der Liga. Auch Champignon Liga. Barcelona. Ja, richtig. Auswärtsspiel in Prag. Auswärtsspiel in Prag, sehr gut. Oh Gott, jetzt fehlen mir noch ein paar. Prag, Auswärts. Gladbach. Oh Gott. Wer fehlt denn uns da noch am Ende? Vor Leipzig haben wir doch zu Null gespielt, oder nicht? Ich mach mir einen neun. Ich mach mir einen neun. Prager. Ich hab nicht gespielt, Prager. Barcelona. Prag. Kevin, Kevin, Kevin. Uerdingen. Auch Uerdingen, ja. Das war Zweiter, oder? Düsseldorf. Genau, Landeshauptstadt. Richtig. So, Schalke 0-0. Schalke 0-0, sehr gut, ja. 4, 3, 2, 1, 0. Oh, da fehlt aber einiges. Na. Ich sag euch alle, Uerdingen, Leverkusen, Barca Prag. Leverkusen hab ich gesagt. Weiß ich, haben wir ja. Mönchengladbach, Schalke, Wolfsburg, Fortuna, Düsseldorf und Mainz 0-5. Wie viele hatten die beiden? Sechs. Vier. Nein, nicht ganz viele Nerven verlieren. Vier? Egal, egal, egal. Ihr könnt jede Menge Punkte noch machen. Ah, jetzt verstehe ich das Spiel. Mit den vielen Antworten. Ganz genau. Einfach raushauen. Nennt bitte die 0-9-Ersten der FIFA-Weltrangliste. Wir nicht. Belgien. Richtig. Frankreich. England. Niederlande. Belgien, Brasilien, Deutschland, Spanien. Also Belgien steht, glaube ich, ganz vorne. Spanien, England, Belgien, Frankreich. Dann hast du natürlich Frankreich, logisch. Österreich, Italien, Frankreich, Portugal. England. Kroatien. Belgien. Brasilien. Ja. Schweiz. Brasilien. Du hast England. Richtig. Die Quali sehr gut waren. Du hast Portugal. Holland. Richtig. Die Niederlande. Portugal. Richtig. Frankreich. Holland. 0-9. Argentinien. Richtig. Argentinien. Richtig. Kolumbien. Mexiko. Einfach raushauen. Brasilien würde ich sagen. Argentinien. Zwei fehlen noch. Argentinien. Es fehlt nur noch einer. Deutschland. Das gibt fast Abzug. Jetzt sind Nummer 15. 2. 2. Richtig. Schweiz. Kroatien. Serbien. Richtig. Gut. Wow. Wien haben wir nicht? Uruguay. Die hätte ich auch in den nächsten 5 Minuten noch nicht gehabt. Alter, wir hätten in der ersten Frage einfach nur die Mannschaften sagen müssen. Was? Schon gut. Wir haben einen Fehler gemacht. Neun Spieler aus dem aktuellen Kader, die mindestens neun Tore erzielt haben. Zeit läuft ab jetzt. Du noch nicht. Dann ich auf jeden Fall. Richtig. Mario Götze. Korgan. Marco. Paco. Mario. Sancho Piszczek. Hummels. Alcacer. Reus. Marco. Jayden. Paco. Ja. Julian Brandt. Weiß ich nicht. Paco Alcacer logischerweise. Richtig. Jayden Sancho. Richtig. Götze. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? Ah. Mats Hummels. Richtig. Wer denn noch? Axel Witsel schon? Richtig. Rererererererer. Rafa. Rafa. Rafa Guerrero. Rafa Guerrero. Schmelle weiß ich nicht, aber ich sag das einfach. Rafa Guerrero. Hakimi. Azar. Alcacer. Witzel. Hummels. Richtig. Neun? Das sind fünf, vier schon. Ja, vier noch? Vier mehr als sechs. Wir sind doch schon längst durch mit neun. Ach komm, ein, zwei brauchen wir noch, Aschaf Hakimi. Sehr gut. Sechs, hm? Sechs, hm? Ja. Witzel hat mehr als neun Tore. Ja, mehr geht nicht, ihr habt alle. Haben wir schon? Wow, oh, oh, jetzt erstmal, warte mal gucken, ja, Mats ist noch im Bild. Sehr gut. Das ist Freude pur. Julian Brandt haut erstmal die GoPro quer durchs Auto. Dreh 9 Dreh 9 Dreh 9 Dreh 9 Untertitelung des ZDF für funk, 2017